Hallo Leute, ich kann mich noch gut erinnern, in den Anfängen meiner Karriere, bei JP Morgan, an der Wall Street und dann auch in Deutschland, habe ich immer ein hohes Bruttogehalt gehabt, also ein hohes Nominalgehalt, aber wenn ich auf mein Konto geschaut habe, war ich immer erschrocken, wie wenig eigentlich angekommen ist. Und der Grund dafür war relativ simpel, als Angestellter zahlt man fast überall auf der Welt an die 50% Steuern. Es sind nicht überall nur Einkommenssteuern, oft kommt dann noch Sozialversicherung dazu, in Deutschland beispielsweise auch noch der Solidaritätszuschlag, die Kirchensteuer und diverse andere Abgaben, die von Land zu Land verschieden sind, aber zumindest in fast allen westlichen Ländern zahlt man als Angestellter eigentlich 50%. Auch in Teilen der Schweiz zahlt man übrigens als Angestellter 50%, zum Beispiel in Genf. Auch in Amerika, im sogenannten Niedrigsteuerland, zahlt man auch als Angestellter, beispielsweise in New York City oder San Francisco, sogar mehr als 50% Steuern. Und gerade in Österreich ist es besonders schlimm, weil wenn man Steuer und Sozialversicherung zusammenrechnet, dann kommt man sogar teilweise noch auf mehr als 50%. Und zusätzlich kommen meistens dann noch sogenannte Arbeitgeberbeiträge, die der Arbeitgeber bezahlt, das heißt nicht nur der Arbeitnehmer zahlt Sozialversicherung, sondern zusätzlich noch der Arbeitgeber, sodass die Differenz von dem, was beim Arbeitnehmer überbleibt und das, was der Arbeitgeber bezahlt, oft, wenn man mal nochmal 40% ist, von dem, was der Arbeitgeber zahlt, was beim Arbeitnehmer überbleibt, manchmal sogar nochmal 35%. Und ich habe damals schon gedacht, auf diese Art und Weise kann man schwer vermögen werden, da muss man ja richtig, richtig viel Geld verdienen, da muss man ja siebenstellige Gehälter haben, und das dauert, gerade in einem großen Konzern, eine lange Zeit, und selbst bei einer Million, bleiben gerade 500.000 über, da habe ich mir gedacht, das muss was anderes geben, und dann habe ich mir gedacht, ich werde entsprechend unternehmerisch tätig. Und so ist auch bei den meisten Leuten, zumindest in Kontinentaleuropa, dass der Hauptgrund, wieso die Leute Unternehmer werden am Anfang, oft gar nicht einmal so ist die unternehmerische Freiheit oder der Wunsch, irgendwas Großes aufzubauen, der kommt meistens dann später, wenn man als Unternehmer dann richtig erfolgreich ist, oder mal gesehen hat, wie es läuft, wenn man auf eigenen Beinen steht, sondern der erste Schritt ist oft schlicht und einfach, was Leute in die sogenannte Selbstständigkeit treibt, die Steuer. Eines ist ganz klar, wenn man als Unternehmer sein Geld verdient, und das in einer Körperschaft, also in einer GmbH, oder auch in einer Aktiengesellschaft, oder in einer UG, oder in einer europäischen Gesellschaft, oder im Ausland, in anderen Firmenkonstrukten, ist es immer so, dass man in dieser Struktur meistens deutlich weniger Steuer bezahlt, als als Angestellter. Beispielsweise in Österreich, in der GmbH zahlt man 25% Steuer, und als Angestellter über 50%, wenn man noch alle Sozialversicherungsbeiträge einrechnet. In Deutschland ist der Gegensatz nicht ganz so krass. In Deutschland zahlt man in der Firma, wenn man Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer zusammenrechnet, ungefähr 30%, während man als Angestellter eben sehr schnell auch auf die 50% kommt. Wenn man in Deutschland eine Gemeinschaft der Ehe hat, sind die Steuern etwas niedriger. Wenn man alleine als Single lebt, sind die Steuern natürlich sehr schnell auch, samt Sozialversicherung, Soli und allen möglichen anderen, auch bei 50%. Und das ist der Hauptgrund, wieso die meisten Leute Unternehmer werden, oder selbstständig werden, und das ist auch der Grund, wieso man eben als Unternehmer wesentlich schneller Vermögen aufbauen kann. Und hier möchte ich jetzt mal ein Beispiel geben. Nehmen wir es mal so, du bist ein Angestellter und zahlst 50% Steuern und verdienst 100.000 Euro, bist ein guter Programmierer, bleiben dir 50.000 rüber. Wenn du jetzt noch sagst, ich habe entsprechende Lebenshaltungskosten von 25.000 Euro, beispielsweise kann ich nachher insgesamt noch 25.000 Euro investieren, das heißt ich kann jedes Jahr ein kleines hässliches Loch anzahlen, oder Aktienansparpläne machen, oder Goldbahn kaufen, oder ähnliches, aber alles zusammen wird mit dem schon etwas schwer, und 100.000 Euro brutto musst du auch erstmal verdienen. Nehmen wir jetzt im umgekehrten Fall den Unternehmer, du bist jetzt Programmierer und machst das Ganze mit einer eigenen Firma, einer eigenen GmbH. Wiederum stellst 100.000 Euro an Honorarnoten. Das kannst du jetzt nicht nur an einen Arbeitgeber machen, oder an einen Brötchengeber, weil er als Unternehmer ist jetzt dann ein Kunde, weil das das Finanzamt dann als sogenannte Scheinselbstständigkeit qualifizieren würde, das heißt du musst tatsächlich eine eigenständige wirtschaftliche Operation aufbauen, die mehrere Kunden beinhaltet, hat aber auch gewisse Vorteile, dass du dann eben nicht nur von einem Auftraggeber abhängig bist, und gleichzeitig eben besser gestreut bist. Aber nur zum Vergleich von der Wirtschaftlichkeit, du würdest jetzt sagen, okay, ich habe wieder 100.000 Euro Umsatz in der Firma, dann würde ich mir natürlich aus der Firma ein Gehalt auszahlen lassen, um meine Lebenshaltungskosten zu decken, das wären in diesem Fall 25.000 Euro, die müsstest du tatsächlich, dann könntest du in der Firma abziehen und musst dann persönlich versteuern, bei 25.000 Euro bist du aber noch in den niedrigen Steuerprogressionen, das heißt, du würdest vermutlich in diesem Fall vereinfacht gesagt, etwa 15.000 Euro würden die schon noch überbleiben, und 10.000 müsstest du Steuern zahlen, und gleichzeitig in der Firma dann, von den 75.000 müsstest du in Österreich dann ein Viertel bezahlen, also 18.750 Euro, in Deutschland ungefähr 30%, das wären ungefähr 22.500 Euro, gleich mal Mittelwert ungefähr 20.000, bleiben da allein in der Firma noch einmal 55.000 Euro zum Investieren über, das Geld privat brauchst du natürlich auch für deine Lebenshaltungskosten, aber von den 55.000, oder sagen wir noch, da hast du vielleicht noch ein paar zusätzliche Kosten in der Firma, bleiben ungefähr 50.000 Euro über, kannst du den doppelten Betrag faktisch investieren, das heißt, du hast jetzt nicht 25.000 zum Investieren, sondern 50.000, und das bedeutet, du kannst jetzt nicht ein hässliches kleines Loch anschaffen, sondern zwei, und auf 10 Jahre gerechnet, sind das natürlich dann 10 hässliche kleinen Löcher, versus 20 kleine hässliche Löcher, das heißt, die Divergenz ist schon dann ganz erheblich, und das ist eigentlich nur ein Unterschied in deiner Rechtsstruktur, ob du eben als Angestellter arbeitest, oder als Selbstständiger, wohlgemerkt, auch als Angestellter hast du alle möglichen Risiken, als Angestellter hast du nämlich schon das Risiko, dass du nur einen Brötchengeber hast, und auch, dass du deinen Job verlieren kannst, aus verschiedensten Gründen, in Österreich mit sechs Wochen Kündigungsfrist, in Deutschland gibt es auch genügend Gründe, wieso du deinen Job verlieren kannst, und dann ist eben mal die gute Gage weg, als Unternehmer oder als Selbstständiger hast du natürlich auch Risiken, so ist es nicht, aber wenn du mehrere Kunden hast, bist du sogar etwas besser gestreut, hast eben, hast gleichzeitig auch die Möglichkeit, deutlich mehr zu verdienen, wenn du mehr arbeitest, was natürlich als Angestellter viel schwieriger ist, und kannst eben zusätzlich auch noch Ausgaben, die du vielleicht so und so hättest, die aber dazu verwendet werden, um Geschäft anzubahnen, oder im Zusammenhang mit deiner Erwerbstätigkeit stehen, wie beispielsweise ein Homeoffice, ein Handy, ein Computer, Fachliteratur, Reisen zu Kunden, Geschäftsanbahnungsessen im angemessenen Rahmen, Kilometergeld, wenn du mit deinem Auto zum Kunden fährst, und ähnliches, kannst du das natürlich auch noch von der Steuer absetzen, was als Angestellter eigentlich auch nur in den seltensten Fällen möglich ist. Und hier siehst du schon mal den Unterschied, du hast jetzt noch gar keine richtige, klassische unternehmerische Tätigkeit gemacht, sondern du bist nur selbstständig, machst du im Prinzip dieselbe Arbeit, nur anstatt für eine Einheit für mehrere Kunden, und auf diese Art und Weise, einfach nur durch die Umstrukturierung, bleibt dir doppelt so viel über, was du dann investieren kannst. Und das ist eigentlich auch die Grundessenz, die man am Anfang verstehen muss, dass man eben als Angestellter sehr, sehr schwer reich wird, außer du wirst in Amerika irgendwo zum richtigen Zeitpunkt, entweder Hedgefondsmanager, Investmentbanker, oder Vorstand von einem börsennotierten Unternehmen, weil dir eben die Steuer so viel wegnimmt, und als Unternehmer, wenn du einfach anstatt 50%, 25% Steuer zahlst, und nur das aus der Firma entnimmst, was du zum Leben brauchst, und den Rest in deiner Firma reinvestierst, oder in deiner Holdingstruktur, über deine Holdingstruktur dann reinvestierst, und dann wird dein Vermögen deutlich schneller wachsen, dein Wohlstand deutlich schneller wachsen, und du wirst viel schneller vermögend. Und dann sagen die Leute, ich will dir das Geld irgendwann privat haben, das mag sein, und es ist richtig, wenn du es privat entnimmst, musst du dann noch einmal Steuer zahlen, da bist du wiederum bei den 50%, nur es ist ein Unterschied, ob du dann immer das entnimmst, was du zum Leben brauchst, oder was du gerade konsumieren willst, und eben die Vermögenssubstanz in der entsprechenden Firmenstruktur lässt, oder ob du eben auf alles herausnehmen musst, wie als Angestellter, und dann eben auf alles 50% Steuern zahlen musst, und die Vermögensstruktur erst gar nicht anwachsen kann. Das ist der große Vorteil, wenn du mit Hilfe von GmbHs oder Aktiengesellschaften agierst, und eben deine Geschäfte eben nicht als Einzelunternehmer oder als Angestellter machst, sondern über eine Körperschaft. Du zahlst am Ende die Hälfte an Steuern, und du darfst das eben nur nicht aus der Firma entnehmen, sondern musst eben die Vermögenswerte, die du geschaffen hast, in der Firma reinvestieren, und entnimmst nur das, was du zum Leben brauchst. Das ist einer der grundlegenden Elemente, wie man schneller vermögend wird, schneller Millionär wird, schneller Multimillionär wird, und fast alle erfolgreichen Leute haben am Ende eine ähnliche Struktur, die dann auch meistens noch eine Holding und verschiedene Tochtergesellschaften darunter beinhaltet. Aber die Essenz ist, man kann ganz legal, wenn man es richtig macht, und sogar mit weniger Risiko auch eine geringere Steuerlast haben, indem man eben eine unternehmerische Tätigkeit in einer Körperschaft entfaltet. Wenn dich dieses Thema interessiert, und du dein Wissen vertiefen möchtest, halte ich am 17. September um 20 Uhr ein Webinar mit Deutschlands berühmtesten Steuerbeleiter Johann Köber, wo wir dir zeigen, wie du mit Holdingstrukturen und Firmen entsprechend deutlich weniger Steuern bezahlst, den Weg vom Einzelunternehmer über die GmbH, über die Holding, und wie auch du mit Immobilien und Beteiligungen deine Steuerlast noch deutlich reduzieren kannst. In der Zwischenzeit wünsche ich dir alles Gute und sehr viel Erfolg!